Hallo, hier ist André. Vielleicht stehen bei dir im Augenblick auch so zum Ende des Jahres sehr viele Veränderungen an. Vielleicht fühlst du einfach in dir eine Unzufriedenheit, dass du etwas verändern musst, aber nicht so richtig weißt, wie du das machen kannst, was es eigentlich ist, was nach Veränderung ruft in dir, dann gibt es für mich, das ist mein Tipp an dich, nur einen Weg, dich wieder wirklich mit deinem Herzen, mit deiner Seele und mit dem Spirituellen in dir zu verbinden. Alles andere führt dich immer wieder nur in die gleiche Frustration. Du bist immer wieder dann mit dir selbst unzufrieden und erst wenn du das auf eine Ebene bringst, wo etwas durch dich hindurch strahlt, wo etwas sich wirklich in dir öffnet, wo du Themen angehst, von denen du vielleicht schon lange geglaubt hast, die sind nicht mehr wichtig. Die können dich dort hinführen. Das heißt, es gibt immer ganz klare Wegweiser in deiner Beziehung, in deinem Job, die Menschen um dich herum, dein Umfeld, mach dich auf etwas aufmerksam. Und wenn du das angehst, wenn du dich dort hinein begibst und es nicht mehr verdrängst, es nicht mehr anders haben willst, die Situation, als sie sind, dann ist dort eine Kraft verbunden, eine Tür öffnet sich, durch die du hindurch gehen kannst. Und das sind manchmal sehr, sehr feine Ebenen, die in deinem Bewusstsein mitschwingen. Und das braucht eine Konzentration und auch eine Aufmerksamkeit. Es braucht ein offenes Herz. Es braucht den Mut, sich deinen Gefühlen zu stellen. Und das kannst du gut beobachten, wenn du viel im Ärger bist, wenn du in Aggressionen bist, wenn du mit dir so selbst bist und merkst, du hast eigentlich gar keinen Kontakt mehr so richtig zu dir, dass in dir etwas rummort. Und dass du das weder über Essen noch über Fernsehen oder über Alkohol oder vielleicht auch über Gespräche, die dich schon lange langweilen, dass du dich selbst schon nicht mehr hören kannst, dass du das damit nicht mehr wegmachen kannst mit diesen Ebenen. Sondern dann gib dir den Raum. Öffne dich dafür, was dein Herz dir sagen möchte, damit du diesen ganzen Schrott nach 2019 nicht mitnehmen musst. Das alte Jahr stehen die rauen Nächte bevor, möchte etwas abschließen und damit auch etwas Neues in dir öffnen. Und darin möchte ich dich einladen. Hab den Mut. Lass den alten Kram los. Sei liebevoll mit dir und mach dir bewusst, dass das, was du an dir so selbst nicht ausstellen kannst oder was du auf andere Menschen poezierst, was du an denen nicht ausstellen kannst, dass das etwas ist, was sich danach sehnt, in dir leben zu dürfen. Was deine Liebe braucht, dein Bewusstsein und nicht das der anderen, sondern deins. Und darin möchte ich dich inspirieren und dir Mut machen, die ganzen Sachen jetzt anzugehen, die auf dich warten. Okay. Alles Liebe für dich. Bis bald. Tschüss.